Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Produkttest. Heute stelle ich euch das GHB Babyphone mit Camera Video Baby Monitor vor. Den Link zum Produkt mit Rabatt und Kundenbewertung findet ihr in der Videobeschreibung. Nutzt die Gelegenheit, um das beste Angebot zu sichern. Das GHB Babyphone ist ein zuverlässiger Monitor, der euch ermöglicht, euer Baby stets im Blick zu behalten. Die hochwertige Kamera liefert klare Echtzeitbilder und dank Infrarot-Nachtsicht könnt ihr euer Baby auch bei Dunkelheit gut sehen. Der 3-2-Zoll-LCD-Bildschirm des Elterngeräts zeigt die Aufnahmen in hoher Qualität. Ein besonderes Merkmal ist die Zwei-Wege-Audio-Funktion, mit der ihr euer Baby nicht nur hören, sondern auch beruhigend mit ihm sprechen könnt. Die Temperaturüberwachung misst die Raumtemperatur im Kinderzimmer und zeigt sie auf dem Display an. Mit einer Reichweite von bis zu 300 Metern könnt ihr euch frei im Haus bewegen, ohne die Verbindung zu verlieren. Der Energiesparmodus und die lange Akkulaufzeit sorgen für Zuverlässigkeit auch bei längeren Nutzungszeiten. Zusammengefasst bietet das GHB Babyphone eine benutzerfreundliche Lösung für die Überwachung eures Babys. Wenn ihr ein zuverlässiges Babyphone sucht, ist dieses Modell eine ausgezeichnete Wahl. Schaut in die Videobeschreibung, um den Link zum Produkt mit Rabatt und zu den Kundenbewertungen zu finden. Vielen Dank fürs Zuschauen! Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal für weitere Produkttests. Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal.